Franz Petzold ist ein deutscher Schauspieler. Leben Petzold machte seine ersten Theatererfahrungen in der Jugendkunstschule Dresden und in der Theater AG seiner Schule. Er wirkte in Dresden in dem Projekt Straßentheater gegen rechts mit. Er spielte dort unter anderem in dem expressionistischen Drama Hinkemann von Ernst Toller. Von 2007 bis 2011 absolvierte er eine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendels und Bertoldi in Leipzig. Petzold hatte bereits während seiner Ausbildung feste Engagements als Theaterschauspieler. Ab der Spielzeit 2009-2010 war er Mitglied des Schauspielstudios des neuen Theaters Halle. Dort spielte er unter der Regie von Hilmar Eichhorn 2010 den Hänsel in dem Märchenstück Hänsel und Gretel. In dem Theaterstück DNA des englischen Dramatikers Dennis Kelly verkörperte er, teilweise in völliger Nacktheit, auf der Bühne den Schüler und Außenseiter Adam. Die Premiere war im März 2010 die Regie führte Heike Frank. Für seine Rolle des John Tate Adam in DNA wurde er im Juni 2010 mit dem Solopreis des 21. Theatertreffens deutschsprachiger Schauspielstudierender ausgezeichnet. Außerdem übernahm er während seiner Ausbildung Sprechrollen am Opernhaus Halle, so als nah in der Oper Macbeth und als Teufel in dem Tanzstück Die Geschichte vom Soldaten. Seit der Spielzeit 2011-2012 ist Petzold als festes Ensemble-Mitglied am Residenztheater München engagiert. Er spielte dort bisher unter anderem den Anton in dem Kinderstück Pünktchen und Anton, den jungen Dina Jascha in der Kirschgarten und den jugendlichen Liebhaber Lucentio in der widerspenstigen Zähmung. Petzold übernahm mittlerweile auch einige Film- und Fernsehrollen. Er hatte 2012 eine Episodenrolle in der ZDF-Krimiserie Soko 5113 als jugendlicher Hörnchen in der Folge Eine Geistergeschichte. In dem ZDF-Fernsehfilm Blutsbrüder aus der Krimi-Reihe Stubbel von Fall zu Fall war er im Januar 2013 in einer Episoden-Hauptrolle zu sehen. Er spielte Nico, den vorbestraften Halbbruder des Schwiegersohns in Spee von Kommissar Stubbes Tochter Christiane. 2014 hatte er in der ZDF-Krimiserie Soko Leipzig in der Folge Rossis Fall eine Episoden-Hauptrolle als Tatverdächtiger Jurastudent Justus Gritz. Im Tatort, Hydra war Petzold als Nils Jakob zu sehen. Er verkörperte die rechte Hand des Anführers der Dortmunder Neonazi-Szene. Filmografie 2012 Soko 5113 eine Geistergeschichte 2013 Stubbel von Fall zu Fall Blutsbrüder 2013 Soko 5113 ein Perfekter Plan 2014 Soko Leipzig-Rossis Fall 2014 Die reichen Leichen Ein Starnberg-Krimi 2015 Tatort, Hydra 2015 Großstadt-Revier-Kameraden Auszeichnungen 2014 Bayerischer Kunst Förderpreis in der Sparte Darstellende Kunst vorabschieden vorabschieden Stärkamp-Krimi ! 2015 Vorabschieden Untertitel-Krimi Beklage 2017 Wir sehen uns der Sparte bisюда vorabschieden www.sci-Rossis Fall